jetzt ja hallo ihr lieben zuschauer von in franken.de ganz kurz bevor ich zu meinem thema der woche kommen ihr seht ja ich habe ein neues t shirt und dazu möchte ich ganz gerne am ende dieser folge noch was sagen geht eine wichtige sache jetzt aber wie gesagt zum thema der woche heute geht es ums fliegen ich weiß nicht ob ihr jemals ein flugverbot wegen einer tätowierung bekommen habt aber ein junger engländer hat es geschafft er darf am flug nach male seine tätowierung her gezeigt im flieger und es war ein pinocchio tattoo ja und das war so im schritt tätowiert ich verrate mal so viel die nase die musste nicht tätowiert werden denn die war aus anatomischen gründen schon vorhanden ich denke wir verstehen uns oder aber deswegen gleich ein flugverbot naja gut vielleicht kam auch die stewardess hat ihm einen guten flug gewünscht und das war gelogen den rest könnt ihr euch denken ob die dame der ich heute mein lied widme ein lebenslanges flugverbot nach franken kriegt das weiß ich jetzt nicht aber liebe sophia tomala das war schon ein geniestreich also man kann sagen es war vom posting her war es jetzt nicht allzu toll die frage gibt es in nürnberg am flughafen na ganz ehrlich liebe sophia wir franken wir leben noch auf bäumen beim laufen schleifen unsere handknöchel noch auf dem boden und wir sagen zum bürgermeister noch häuptling und die zugereisten also die sogenannten wahl franken die er nennt sich ausschließlich von plankton den hast jetzt nicht verstanden das wundert mich überhaupt nicht ja fangen wir mal mit dem lied an tomala tomala du hast an immer aller tomala tomala du hast an immer aller ich hielt es ja für unwichtig doch man hat mich gebeten für dich sophia heute ein lied zu schreiben ein selfie aus dem flieger ein blöder spruch dazu und ganz frankenruf die soll zu hause bleiben in nürnberg gibt es einen flughafen das habe ich nicht gewusst und es ist wichtig dass du uns das erzählst dabei wäre es echt cleverer du kommst doch aus berlin wenn du beim thema flughafen die waffel hältst das auto vorn ist ahne deins bist ohne schein gefahren und sammelst eifrig ordnungswidrigkeiten 120 in zwei monaten 90 mal falsch geparkt ob du ganz sauber bist darüber lässt sich nicht mal streiten tja also noch mal liebe sophia wir franken wir sind ja echt entspannt und im grund genommen war es ja wieder nur der berühmte sag reis der umfall ist also eigentlich nicht der rede wert aber nur so als kleiner tipp der markus söder der kommt auch aus nürnberg und wenn du uns vielleicht noch mal so als franken ein wenig als hinterwälder darstellen willst ist er vielleicht einmal beleidigt und dann sagt er okay dann stoppen wir jetzt ab sofort mal den länderfinanzausgleich von uns aus falls dir der was sagt na also im klartext dann würden wir euch von der unten in den geldhahn zudrehen und dann geht da oben in einem bressel auf schuppen gar nichts mehr wenn er mal mehr fliege und dann kannst du für den nächsten ausflug selber rickscher klöppeln das ist uns dann auch wurscht also beim nächsten mal erst denken und dann posten jetzt reicht das heißt noch nicht ganz ihr lieben wie gesagt ich habe es schon angekündigt mein kollege atzebauer und ich haben für die nepal hilfe in kulmbach dieses t-shirt entwerfen lassen auch für alle die im raum kulmbach am 18 mai werden wir ein benefizkonzert in der doktor stammberger halle in kulmbach spinn ist es jeder herzlich eingeladen der eintritt ist frei natürlich hoffen wir auf sehr sehr viele spenden für die nepal hilfe und zuvor haben uns gedacht machen wir noch ein t-shirt mit dem thema franken hilft das gibt es ab sofort bei mir für zehn euro die kompletten erlöse gehen an die nepal hilfe es wäre natürlich schön wenn wir bis zum letzten stück ausverkauft werden ganz einfach wer eins möchte eine e mail an info das minus eich schreiben unter dem stichwort nepal hilfe einfach in den betreff und alles weitere tauschen wir uns dann schon aus ich freue mich über jeden euro der reinkommt vielen dank für die aufmerksamkeit und bis nächste woche passt auf euch auf dankeschön und bis zum nächsten Mal